Guten Tag miteinander, ja, ihr seht, wir sind wieder hier auf meinem Handy, nicht daran, ähm, wie soll ich sagen, ja, mein Aufnahmeprogramm auf dem PC-Spin. Huch, Entschuldigung, ähm, ich finde gerade keine Lösung dafür und bevor ihr euch dann wundert, warum nichts kommt und, ja, bevor, ähm, bevor ihr dann da steht und nichts habt, dachte ich, ich mach mal kurz Info für euch auf der Welt, hier, hier funktioniert es ja wenigstens und ja, haut rein, tschüss.